Seit 28 Jahren ist Deutschland wieder vereint. Manche glauben, wir wären so weit auseinander wie nie zuvor. Ist das wirklich so? Wo manche Spannungen zwischen Nationalitäten sehen, sehen wir, dass jede achte Ehe international ist. Während manche glauben, dass niemand mehr miteinander spricht, sehen wir tausend neue Freundschaften. Wo manche keine Zukunft sehen, sehen wir jährlich über 700.000 Neugeborene. Während manche meinen, dass immer weniger heiraten, sehen wir, dass immer mehr heiraten dürfen. Es gibt so viel Gutes, das uns zusammenbringt. Lasst es uns wieder sehen.